Weißt du, was ich gestern erlebt habe? Nein, erzähl es mir, Kai. Da kam... Ich glaube, ich komme heute nicht dazu, noch einen Witz zu erzählen. Also, ich war in der Apotheke. Und da kam ein Ritter rein, in die Apotheke. Und er sagt dann zu dem Verkäufer, ey, gib mir mal mein Mittelalter.